Moin Leute und herzlich willkommen zur Netzwerktechnik. Heute geht es um die Weiterentwicklung von Ethernet, also 10 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet und Fast Ethernet. Ja, was ist da so dazu gekommen? Ich mache das ganz kurz nur in einem Video, denn so viel hat sich nicht geändert. Also klar, Schicht 2 hat sich nicht so viel geändert. Schicht 1, die Blockcodes, die haben sich geändert, aber da habe ich euch schon die meisten vorgestellt. Und ja, wir haben eigentlich nur eine wirkliche Neuerung bei Fast Ethernet gehabt. Wir haben gesagt, man darf nur noch Stern-Topologien verwenden. Das bedeutet, wenn wir nochmal zurückgehen, hier oben auf unsere Kollisionsdomänen, wir haben plötzlich viel, viel kleinere Kollisionsdomänen. Das ist eine Kollisionsdomäne, das ist eine und das hier drüben ist eine, aber es kann nicht mehr so wie bei einem Bus hier oben passieren, dass wir so eine riesige Kollisionsdomäne haben, was uns das ganze Leben schon mal ein bisschen erleichtert. Und ja, wenn man dann überall solche Brücken hin und her baut, dann kann man auch auf relativ lange Kabellängen kommen. Das war alles ganz nett. Es hat sich die Kabellänge, die maximale Kabellänge verkürzt, klar, weil die Leitung ist 10 mal so schnell, also muss das Kabel 10 mal so kurz sein, damit wir hier unsere ganze Ding, ganze Kollisionsproblematik hier einhalten. Und ja, es kann aber immer noch zu Kollisionen kommen, denn wenn man eine Halbduplex-Leitung hat, habe ich euch schon erzählt, dann kann es hier durchaus noch zu einer Kollision kommen. Und das hat man leider aber so behalten. Ganz normal, weil eben noch viele Halbduplex-Kabel im Einsatz waren. So, bei Gigabit Ethernet hat man jetzt gesagt, man muss etwas tun. Und zwar, warum muss man etwas tun? Die Kabel würden sich nochmal um Faktor 10 verkürzen. Wir hatten gesagt, bei normalem Ethernet sind wir bei einer Kabellänge oder bei, ja, bei einer Segmentlänge von maximal 2,5 Kilometern. Bei normalem Ethernet, äh, bei Fast Ethernet waren es dann 250 Meter. Jetzt bei Gigabit Ethernet wären wir bei 25 Metern angekommen. Und 25 Meter ist schon verdammt kurz. Deswegen musste man hier was ändern. Ähm, und da hat man gesagt, wir führen zwei neue Dinge ein, nämlich Carrier Extension und Frame Bursting. Man hat aber gesagt, wir wollen die minimale Länge einer Dateneinheit nicht verändern. Deswegen hat man diese beiden, ähm, ja, diese beiden zusätzlichen Features sozusagen gebraucht, weil sich die minimale Länge eben nicht verändert hat. Carrier Extension ist, ähm, einfach eine künstliche Erhöhung der Übertragungszeit. Das heißt, es wird einfach danach noch länger Daten übertragen, als eigentlich Daten übertragen werden müssten, damit man eben gezwungen ist, länger auf sein Medium zu hören. Das nennt sich Carrier Extension. Ähm, ist eigentlich total bescheuert, weil man, wie gesagt, einfach einen Haufen Nonsens-Daten noch mit überträgt, ähm, selbst wenn man nichts mehr zu sagen hat. Aber, zum Glück, die meisten Dateneinheiten waren ohnehin schon sehr, sehr lange, sag ich jetzt mal, also länger als Minimum. Und deswegen hat man diese Carrier Extension nur relativ wenig gebraucht. Ähm, aber manchmal kam es eben doch zum Einsatz, dass man sie gebraucht hat. Man hat aber noch eine zweite Neuerung eingeführt, nämlich Frame Bursting. Frame Bursting bezeichnet das Senden von vielen kurzen Dateneinheiten. Also nehmen wir einfach mal an, ich habe sehr, sehr viele minimal große Dateneinheiten, wie zum Beispiel Pings oder sowas. Und, ähm, ich möchte einfach nur viele davon auf einmal rauskriegen. Dann habe ich die Erlaubnis, ähm, mehrere kurze Dateneinheiten hintereinander direkt zu schicken, so dass ich dann wiederum auf meine minimale Länge komme, also sozusagen die Leitung immer noch genug belege. Ähm, das funktioniert, also quasi im Prinzip genau das, was wir bei Ethernet hier unten besprochen hatten. Wir sagen, wir schicken nicht mehr nur eine Dateneinheit mit minimaler Länge, sondern wir schicken eben zehn Dateneinheiten minimaler Länge und somit muss das Kabel nicht kürzer werden. Ja, ähm, das hat ganz gut funktioniert. Wie gesagt, wenn man eben nicht mehr genug Dateneinheiten übrig hatte, dann musste man Carrier Extension nehmen und, ja, war nicht so geil. Deswegen Gigabit Ethernet eigentlich auch nicht wirklich was Besonderes. Also wirklich cool wird es bei 10 Gigabit Ethernet und, ähm, da haben wir dann auch tatsächlich, ähm, Neuerungen gehabt, die sich auch gewaschen haben, sage ich jetzt mal. Man hat ein Verbot für Hubs gehabt. Also, Hubs sind quasi Repeater, ähm, mit Stern-Topologie. Das heißt, sowas hier auf Schicht 1. Da nur noch Stern-Topologie erlaubt war, waren Hubs immer noch in Ordnung. Aber man hat jetzt auch gesagt, keine Schicht 1 Sterne mehr. Das heißt, nur noch Schicht 2 und Aufwärts-Sterne. Und man hat gesagt, nur noch Vollduplex. Und was dadurch Schönes passiert ist, ich brauche kein CSMA-CD mehr. Denn ich kann überhaupt keine Kollision haben. Ich habe ja hier nur noch Schicht 2. Das heißt, das hier ist auf jeden Fall nur noch Schicht 2. Und die Leitung ist Vollduplex. Das heißt, ich habe hier absolut keine Möglichkeit auf eine Kollision. Ähm, und das war schon eine große Neuerung. Das heißt, CSMA-CD fällt komplett raus. Carrier-Extension ist komplett rausgefallen. Und Frame-Bursting ist auch komplett rausgefallen. Und Zeitschlitze sind auch rausgefallen. Das heißt, alles, was ich irgendwie gegen Kollisionen hatte, ist dadurch rausgefallen, dass ich die beiden Sachen hier vorgeschrieben habe. Und heutzutage, wie gesagt, die Leitungen sind eh alle Vollduplex. Und Hubs sind sowieso kaum mehr verbreitet. Wenn, dann vielleicht noch ein, zwei Repeater mal. Aber, ähm, sehr, sehr selten. Oder manchmal schon. Klar, ich meine, zu Hause habt ihr öfters mal Repeater stehen. Aber so draußen kommen eigentlich keine Repeater mehr vor. Ja, und da sind wir heute angekommen. Das ist quasi der Standard. Und das ist auch wirklich cool. Ähm, wahrscheinlich, wenn ihr das Video guckt, je nachdem, wann ihr das Video guckt, in wie vielen Jahren, gibt es wahrscheinlich schon 100 Gigabit Ethernet oder sowas. Oder Terabit Ethernet. Wow, Mann, wie ich mich da drauf freue. Ähm, ja, aber es gibt coole Sachen. Und, ähm, mit 10 Gigabit Ethernet hat man es eigentlich schon recht weit gebracht. Und das ist eigentlich auch ein ziemlich guter Standard, wie ich finde. Ja, ähm, das war es von meiner Seite. Wie gesagt, es ging heute relativ schnell. Wir haben auch nicht so viele Informationen gehabt. Ich wollte euch nur aufs Laufende bringen, was man heute tatsächlich dann geändert hat, damit man auf den Standard von heute kommen konnte. Und das auch erklärt wird, warum wir keine Hubs mehr benutzen, beziehungsweise keine Basses mehr. Gut, das war es von meiner Seite. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.